Im Leben nicht würde ich mich das wagen, weder das noch das, was wir zuvor gesehen haben, aber sie hat sich das getraut. Herzlich willkommen in Ascona im Fernsehgarten und Tour, meine liebe Kollegin, unsere Sängerin. Irene Schier, herzlich willkommen, Irene. Ja, Kibi, da freue ich mich auch, hier in Ascona zu sein. Sehr schön. Du bist da, hast wirklich diesen Bungee-Sprung gemacht, und zwar freiwillig. Wie konnte das passieren? Ja, ich war ja eigentlich hier in Ascona für eine Fernsehaufzeichnung, und zwar an dieser Sperrmauer ganz unten, und sollte ein bisschen moderieren, über diese Sperrmauer singen. Und ja, nachdem wir fertig waren, das war alles, verstehen Sie Spaß, aber das wollen wir jetzt nicht erweitern. Aber hinterher hat diese Schule oben, die Bungee-Jump-Schule, gefragt, Frau Schier, wollen Sie denn nicht springen? Ja. Ich sagte, ja, mach ich. Dann haben wir so diese kalte Übung, das Max vorhin gezeigt hatte. Ja. Und tatsächlich, dann bin ich auf diese kleine Plattform, und dann, das war so aufregend, weil alle Kameras wurden auf mich zugerichtet für eine Regisseur von der Sendung. Ja. Die haben gesagt, was, die Schier, die springt? Ist sie, ja. Wir haben Bilder. Und, also, da bin ich dann draufgegangen, ja, also, ah, da bin ich schon gesprungen. Also, das war unglaublich, diese Countdown, diese 10, 9, 8, 9. Was, was denkt man, da kann man überhaupt denken? Also, ja, ich musste denken, weil, die haben mir gesagt, du musst dich einklipsen, wenn du unten ankommst. Ja. Und so habe ich so viel, so alles angeguckt, diese ganzen Eindrücke, als du runtergesprungen bist. Ich habe die Augen aufgehalten. Wirklich? Ja, ich habe ja alles angeschaut. Hast du geschrien? Und als ich unten kam, habe ich gedacht, du hast gar nicht geschrien. Weil ich wirklich so konzentriert war, an mich da so einlocken, dass ich wieder hochkam. Ja. Aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Toll. Sehr gut. Du wirst für uns singen. Ja. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Ich danke dir schon mal für deine Bühne. Und, ja, größter Respekt und jetzt macht sie das, was sie noch, noch, noch viel besser kann, außer mutig sein, nämlich wunderbar singen. Der perfekte Moment, so heißt der Titel. Hier ist Irene Scheer. Ein Blick von dir und es hat bei mir sofort zugemacht. Mit dir oder mit keinem habe ich mir in dem Moment gedacht. Doch ich wollte es nicht vergeigen, darum habe ich nichts gesagt. Denn früher oder später, da kommt unser Tag. Der perfekte Moment wird uns elektrisieren. Der perfekte Moment wird uns total verwehen. Gewaltige Gefühle stören wohl auf uns ein. Ein Festival der Sinne wird der Moment für uns zwei sein. Wer warten kann, wird irgendwann im Leben reich belohnt. Und deswegen werden Flügel wachsen, sobald er dann in seinen Luftfloss wohnt. Wenn die Träume fliegen lernen, geht es das süßen Greifen nach. Dann wird so manches Menschen, wenn heute Morgen war. Der perfekte Moment wird uns elektrisieren. Der perfekte Moment wird uns total verwehen. Ein Festival der Sinne wird der Moment für uns zwei sein. Der perfekte Moment wird uns total verwehen. Der perfekte Moment wird uns total verwehen. Der perfekte Moment wird uns total verwehen. Gewaltige Gefühle stören wohl auf uns ein. Ein Festival der Sinne wird der Moment für uns zwei sein. Gewaltige Gefühle stören wohl auf uns ein. Ein Festival der Sinne wird der Moment für uns zwei sein. Ein Festival der Sinne wird der Moment für uns zwei sein.